Gut, dann machen wir jetzt direkt weiter mit Twitch Clips Germany. Jetzt wird es jetzt wieder was Lustiges. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Wir hoffen auch, dass wir wieder mit dabei sind. Jetzt ganz viel Spaß mit den Clips. Ich habe noch nie Helium inhaliert. Du hast, äh, oh Gott, was haben wir jetzt gerade geguckt? Ähm, McDonalds. Dass McDonalds gar nicht so nachhaltig ist, wie es angibt. Ähm. Was haben wir denn jetzt davor geguckt? Ja, das Jahr 2022. Das ist so lustig. Ich will auch mal, nee, du hast nicht so viel verpasst. Ich will auch mal Helium probieren. Sieht aus wie ein Penis. Das ist ein Penis auf Beinen. Wenn wir irgendwo Ballons in den Kauf... Ja, Funfact. Die Helium-Verräte der Erde werden kleiner. Weniger Ballons für uns. Das ist traurig, Ballons sind schön. Der kann nicht kippen. Der kann nicht kippen. Hä? Der Stuhl kann nicht kippen. Sie kippt gleich nach vorne. Guck mal, egal wie weit ich mich nach vorne beuge, der kippt nicht um. Man muss es nur oft genug sagen. Ja. So, meine Augen sind zu. Könnt ihr sie sehen? Aber warum lachst du? Scheiße. Du lachst schon so, als wenn es kein guter Geschmack wird. Nee, ist was anderes Witziges. Der frisst den Chat gerade. Warum sind hier nie Fische? Warum sind hier auf einmal Fische? Oh, lol. Wie viele Früchte? Ey, wusstet ihr hier zum Beispiel... Ich habe gerade die Cam unten nicht gesehen. Mir geht es voll oft so bei solchen Clips, dass ich die Cam erst ganz zum Schluss, wenn draufgesoomt wird, entdecke. Dass Meerrettich keine Fische sind. Meerrettich? Hä? 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 Hä, was ist denn los mit dir? Meerrettich klingt übel, als wären das Fische in der Dose, die du so einfach auf den so eingelegt... Ich verstehe aber, wo es herkommt und ich bin jetzt ganz still und mache darüber keine Witze, weil das könnte ich sagen. Das will die schrecktesten Ideen von alles. Du, ein Freund von mir war Arzt gewesen. Der hat halt dann leider Berufsverbot bekommen, weil er mit einer Patientin geschlafen hat. Schöne Geschichte. Ist schade, er war ein begnadeter Tierarzt. Oh Mann, ich dachte, das wäre der wirkliche... Das wäre der wirkliche Geschichte. Ich habe nie mit dem mitgesagt. Mit dem Arm, holt sein Handy raus, sagt so, ich habe richtig coole, krasse Freunde. Öffnet ein WhatsApp-Gruppenchat. Wir schicken uns immer gegenseitig Bilder von unserer Scheiße. Und dann öffnet er Bilder aus diesem Gruppenchat und zeigt mir Varieties von Scheiße von seinen Freunden. Dünnschiss, normale Würste, alles mit dabei. Finde ich ein gutes Date. Ich weiß nicht, was sie hat. Also, Schatz, wenn du willst, du kannst mir auch gerne deine Scheiße schicken. Ich analysiere die gerne mit dir. Ich habe da keine Hemmschwelle. Dann weiß ich, was ich am Wochenende mache. Live will ich sie mir nicht angucken, weil sie riecht immer so ein bisschen. Fotos sind, glaube ich, okay. Dorffotos sind okay. Aber nur, wenn sie eine besondere Form haben. Bitte. Die Musik ist echt nice, auch bei den Folgen, muss ich sagen. Passt du gar nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Dankeschön für die 24 Euro. Wir haben 24 Prozent von dem 10.000 Euro. Wo wollen sie denn hin, alter Mann? Töntest du ja gerade in den Priester? Ich könnte auch einfach über die Brücke laufen. Habe ich jetzt gerade extra einen Hafen neben die Brücke gebaut, um von hier nach hier überzusetzen, während hier literally eine Steinbrücke ist? Oh mein Gott. Das ist gut. Der hatte ein Ziel vor Augen und hat es einfach durchgezogen. Finde ich gut. Twitch-Plugin und nächsten Freitag Dead Space. Vollgay Forest! Kauf dir lieber den Grund, ich bekomme es schneller als die Vollgays. Wenn es nicht so wahr wäre. Ich bin jetzt übrigens mit beiden Händen. Ja, ich sehe es. Ist dir aufgefallen, dass die Tasse fast so groß ist wie ein Kopf? Ist sie gar nicht. Lilly ist übrigens wirklich sehr klein. Ich habe die in Hamburg getroffen, sie ist wirklich sehr klein. Wenn dahin sie das durchzusehen. Ja, mein Respekt, dass es einfach durchgezogen hat. Sei ein Ziel vor Augen und ein Eifert durchgezogen, egal was um einen rum passiert. Lilly, die Tasse zensiert dich gerade. Das ist aber auch nur mein Gesicht, mein Kopf ist doch noch hier. Es tut mir leid. So, wenn man sie gewinnt, muss er sein Gesicht. Aber deine Tastatur ist heute ein bisschen schief auch, ne? Was die macht, Gesicht im Facecam. Das ist natürlich. Die ist die Tacken zu hoch. Tut mir leid, aber da kann ich die ganze Zeit nicht weggucken. Warte, warte, ich habe was für dich. Dann kann ich den einfach kurz machen. Ich habe dich so sehr dafür. Das ist das Schlimmste, Alter. 10 von 10. Dankeschön. Das geht mir direkt viel besser. Perfekt. Hey, freut mich. Was macht? Hey! Rian! Rian! Ich hasse euch so dermaßen. Ich will jetzt scheiße. Alles scheiße. Wer war das? Fühl ich. Mit F kannst du die Fahrerseite haben. Fahre einfach vorsichtig. Riech mal F! So dumm. Oh mein Gott. Ich wollte gucken, was du machst. Jawohl, rückwärtsgang. Ich hätte jetzt einfach rückwärtsgang eingelegt und drüber. Und dann trust me to be... Das könnte so dumm sein. Das ist auch toll. Dankeschön. Riech mal. Ich würde einfach... Ja, genau. Genau das hätte ich getan. Hallo? Er meint, ihm ist nicht mehr zu helfen. Oh. Was versucht er denn zu kochen? Ich habe gerade auf die Tastatur geschaut. Das Problem ist, ich habe kein Leben. Ich werde jetzt... Also bleibe ich hier, würde ich essen. Das ist sowieso die bessere Entscheidung. Bestimmt. Ich biete eindeutig mehr Unterhaltung. Bestimmt. Vielleicht sterben. Nee, nee, ist alles gut. Du wirst mich getroffen. Siehst du dich gerade selber angezündet? Es ist schön. Ich kenne den Drang, Dinge anzuzünden. Aber im besten Falle bin es nicht ich selber. Das Gemüse und Tomatensauce. Klingt aber gut. So mit Reis noch dazu vielleicht? Ja, alles klar. Dass er sich einfach getreiteilt jetzt, oder was? Das ist ein schöner Bug. Aber eben ein einziger Bär. Und plötzlich waren es drei. Oh, Schupflur sind auch geil. Oh, was? Never. Ja, schön. Weißt du, wirst erst von... Ja, klar. Du liegst doch eh schon am Boden. Ist doch eh schon Wurst. Oh, das Spiel war gut. Ich hab Brüste statt Brücke gelesen. Ich weiß auch nicht, warum. Drei Leute aus meiner Liste gesehen, die PUBG gespielt haben. Aber ich hab auch... PUBG würde ich auch gerne mal wieder spielen. Letztens, als ich gespielt hab, gesehen, dass Leute gespielt haben, die ich... mit denen ich nicht so häufig spiele. Es ist so weit. Es gibt Träume mit mir. Ist einfach vorbei. Oh. Mann, was sind da so gute Sänger in dieser Compilation drin? Holy shit. Was ist das denn? Der hat nicht mal ne Pistole in der Hand. Das ist ne Luftpistole. Nein. Komm, hau dir ab. Aber ich kann damit schießen. Pew, pew. Schreib das wieder auf. Zack. Ich glaub, wir müssen's so rummachen. Mein Mick ist leider zu kacke zum Singen. Neues Donation. Goodbye, Porsi. Mikrofon. Nee, kann man so rum gar nicht machen. Ey, gehst du raus hier? Aber ganz schnell. Die zu, dass du Land gewinnst. Schön. Ich bin leider zu kacke zum Singen. Fühl ich. Ich bin leider zu kacke zum Singen. Ich kann nur ein Esel nachmachen. So kenn ich auch nur Esel. Ja, ich hab gehört, wo davon... Sagt der Schatz zu... Nee, tu ich nicht. Da war der Esel gerade noch in meinem Kopf. Entschuldigung. Toll, bei dem Schatz... Bei dem Satz, Schatz, du singst schön, kam mir gerade der Esel von gerade wieder im Kopf. Super. Also, ich hab dich noch nicht singen hören, also hast du noch kein finales Urteil. Und außerdem, mir ist kackegal, wie du singst. Hauptsache, du hörst niemals auf zu reden. Und macht wieder Ärger? Doch, doch. Irgendwann. Ja. Nein! 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 Bis morgen! Und wenn ihr drin seid, bei Tanika. Tschüss! Das ist schön. Ich hab nicht das Gefühl, dass das weniger wird, mein Junge. Ach, das ist Feuer? Ich weiß es irgendwie nicht. Hm. Komm doch mal her, wir gucken uns das noch mal genauer an. Warte, warte! So ein Arschloch. Arschloch! Bei Hände ja, tschüss! Das ist das, was man den Drang, Sachen anzuzünden, nachgibt. Dann passiert sowas. Ich mag die Klickung. Ja, Twitch-Clicks, Tram, sind wirklich lustig. Ist so bad. Pancake. Hat die nackte Frau nur eine Brust? Eins. Eins. Okay, das reicht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Wir wollen ja auch nicht zu fit werden. Das ist auch ganz meine Devise. Wir wollen ja nicht zu fit werden. Ich schwör auf alles. Ich hab mich wirklich versprochen, dass das wird endlich lang. Come on. Wir wollen ja nicht zu fett werden. Oh Gott. I don't want... Hallo, schreib wieder einen wunderschönen guten Abend dir. Hallöchen. Wir wollen ja nicht zu fett werden. Darf erst mal eine Pizza. Das ist B. Ja. Ja, Baby. Ja. Ja, das ist so geil, Alter. Das Ding ist so... Das Ding ist so geil, Alter. Vielen Dank an Twitch-Clips Germany fürs Retten dieser Kamera. Ich trage halt meistens Boots. Das Ding ist Boots are made for walking. Ja, genau. Zum Beispiel so Buffalos. Und Buffalos haben ja schon solche Sohlen. Ich weiß nicht, wie groß die Hufe von Buffalos sind. Ja, so. So klein sind Buffalos. Nein, nicht die Sohle. Von Buffalos. Ja. Wir reden über denselben Teil, ne? Also... Die Sohle unten. Das sind doch Hufe. Okay. Hä? Wovon? Hä? Was ist... Was? Hä? Das ist so, wenn ich auf dem Schlauch stehe, wenn ich irgendwas Englisches nicht verstehe. Das könntest du mit mir eins zu eins machen mit dem englischen Wort, das ich nicht kenne. Lilly kennt... Meinst du die Plateau? Ja, ja. Der Absatz unten von den Buffalos. Ja, Plateau. Stimmt. Mit Plateau wäre es vielleicht nicht so gut gewesen, sie zu verarschen. Wenn keine Buffalos? Wirklich? Ich habe wohl... Ich habe gerade gefragt, wann war die erste Mario Kart Lobby? 1972. Vor August, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jemand nach deinem Geburtsjahr gefragt hat, Nils. Oh, mein Magen macht wieder Geräusche. Peak Content. Ich glaube, die muss mal kacken. Oh. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, das ist ein Horrorspiel. Das waren gerade wirklich weirde Magengeräusche. Oh, da kommt doch bestimmt gleich irgendein dreckiger, verdammter Jumpscare, weil irgendviel gleich mir entgegengesprungen kommt, oder? Okay, dann doch nicht. Ein Glück. Safe kommt einer. Ich kann hier ein bisschen entspannt looten. Halt die Schleife! Es ist nicht gut, wenn man eine Waffe kriegt, in so einer Situation. Für 500 Bits, vielen lieben Dank. Uuuuuh. Oh mein Gott, ich spiel! Du solltest es nicht! Wie heißt Sonnenuntergang aufwendig? Helsinki. Schön. Für diese Wortwitze bitte ich auch immer zu haben. Ich habe echt gedacht, es war jetzt nirgendwo mehr was zu erhielen. Ich hatte keinen Heiltrank mehr. Leute, wie sieht denn sein Gesicht aus? Ja, was? Ein bisschen zum Laden gebraucht. Lass dich hüpfen. Lass dich hüpfen. Schön. Ah, schön. Dankeschön, Zanik. Ich gucke mal gleich ganz kurz nach der Katze. Was war die Tasse, aus der die Katze eben getrunken hat? Ich habe es vergessen. Ach komm, es ist schlimm. Wir kommen hier und jetzt hier der ganzen beiden Welt. Ich werde hier ein Spürli verstreuen. Oh, scheiße. Scheiße, das war wirklich auf. Okay, also ich schlag dir jetzt einen Trait vor, ja? Einen einmaligen Jama-Ax-Trait. Ich nehme jetzt dein Pferd und du kannst mein Pferd nehmen, ja? Einmaliger Jama-Ax-Trait. Okay, deal. Dein Pferd, dein Pony, das muss zu Lassan hier verarbeitet werden. Das war dann ein Problem, muss ich sagen. Ja, man kennt's. Man kennt's. Ja. Den Move hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich hätte das Pferd kaputt gemacht. Das ist Staudi, lol. Was bist du denn für ein Wichser? Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ob Staudi weiß, dass er da drin ist? Kuck dir ausrasten, Alter. Das ist ja wohl lächerlich. Schön. Das wäre für Spaß bei Tito. Ich hab keine Ahnung von Schach. Das ist unangenehm. Aber ich mag diese Geräusche nie, wenn sie jemand macht. Hä, wie? Digga, was hat der schon viel Ausrüstung? Oh, der will sich ausknipsen. Warum? Oh, der hat mich mit der... Würde ich jetzt gerne wissen, ob das geplant war oder nicht. Wenn es geplant war, war das smart. ...einen Eierkarton gekauft. Keine Eier. Nur den Karton. Ich brauche den zum Basteln. Ich bastle Eier aus Eierkarton. Ich leg die dann in echten Eierkarton und tausche die gegen Kartons mit echten Eiern im Supermarkt. Warum ich das mache? Ich parschippe jetzt. Parschipp. Finden auch Sie das Ei zu Ihrem Karton. Kannst so schnell laufen, wie du willst. Du bist ein Loser. Fress meine Pfürze. Mitten ins Gesicht. Ich nehme auch extra... Ah! No! No! Nein! 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 Könnte man da nicht gewinnen? Das ist ja voll gemein. Was? Sieht sich für jeden Stream so an? Mein Respekt. Was? Ja, ein bisschen. Was? Cookie, der ist heute ein bisschen abenteuerlustig. Der hat heute so ein bisschen Bock auf Ramelei. Äh, Rangelei. Ramelei? Ich weiß auch nicht. Wenn ich lustig drauf bin, habe ich auch immer Bock auf Ramelei. Das ist ein interessanter Plot-Twist für, äh, 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 für einen RP-Server. Wie erklärst du jetzt, dass du jemandem mit dem Fahrrad die Klippe runtergestupst hast, damit es in die Geschichte passt? Oh, das gibt's doch nicht. Es kommt nix raus. Weil er falsch geschüttelt hat. Weil er falsch geschüttelt hat. Weil sowas noch runter und dann kann man... Ähm... Ja, und man kann Details filmen, wie das hier, was... Das Lachen war toll... Hihihi... Hihihi... Nicht passieren sollte, wenn man so ein Kranbiss her aufbaut. Die Lache war ja toll. Aber lauf. Bist du bereit? Ja. Okay, okay. Lässt du. Ah, du Bastard, alter Junge, oh ne Scheiß! Oh Gott, Junge! Okay. Ja. Schön. Und frag nicht warum, Hase. Frage einfach nicht warum. Habe ich meiner Frau gesagt... Scherz habe ich gesagt. Du hast so wunderschöne Haare. Die sind so... Heute so... Die sind heute so fluffig und weich sehen die aus. So richtig so... Richtig geschmeidig sehen die aus. Und dann habe ich gesagt, darf ich die mal anfassen? Sagt meine Frau, ja klar darfst du die anfassen. Also bin ich dann mit meinem Zeigefinger über ihren Oberlippenbart gefahren. War auch wieder nicht richtig. Na wow. Schön. Dafür kann ich Zungenbrecher. Ab 10 in 10 um 10 Uhr Zogen. 10 Sammeln Ziegen. 10 Sender Zucker zum Zogen. Wenn Schnecken an Schnecken lecken schmecken, dass Schnecken gar nicht lecker schmecken, ich doch tue mal ein bisschen Schnecken schnelle. Wenn die Schnecken herein schmecken, Schnecken dass Schnecken doch lecker schmecken. Okay, für den Zinsame Ziegen war es jetzt kein Respekt, aber für den Steckenschleim schmecken Ding mein Respekt. Ich bin auch sehr gut mit Zungenbrechen, aber so gut nicht. Lach mal kurz böse. Moment. Reptine, die schlägt viel. Ich liebe Spiele mit Bugs. Ich liebe Spiele mit Bugs. Das Auto fährt gerade zurück in die Zukunft. Schön. Wie der Reifen auch noch wegfliegt. Geil. Ich habe einen Reifen verloren. Ich habe krank. Hauptsächlich zu den Dippen. Aua, 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 Aua. Meine Hände. Fuck. Aua, 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 Aua. Ich glaube, die Schüssel war heiß. ich glaube sie gibt ihm auch gerade ganz gut okay der devil muss ich vielleicht auch mal spielen meine fresse ich glaube ohne mich kriegst du mehr aus ich liebe auch selber parken für seine bank das ist auch immer eine gute reaktion dann einfach komplett zu verreisen ja nicht mal am pc kannst du damit umgehen okay das habe ich gerade moment wir müssen kurz zurück ich habe das gerade nicht mitbekommen ach da unten oh mein gott aber ich fühle sie wo ok warte 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 mit da jetzt siehst du ihn sogar zweigeteilt da sitzt er ich habe auch echt gebraucht bis ich ihn gesehen habe da sitzt er ich hätte wahrscheinlich während dem spiel wahrscheinlich auch eher so mit halbem auge gesehen so was würde ich auch gerne mal machen aber ich denke da nie dran wenn ich mit irgendjemandem zum ersten mal ein spiel spiel und dann einfach eine dumme key kombination zu sagen die einfach das komplette gegenseit bewirkt ich würde jetzt auch gerne mal machen einfach weil ich ein arschloch bin hallo liebe leute da draußen nicht vergessen switch clips germany einmal kommentieren abonnieren und am besten macht er noch die glocke an damit er wie gesagt nichts verpasst von switch clips germany der wollte schöne layout und als wir sind leider schon zu ja ein bisschen nicht vergessen kommentieren abonnieren und natürlich ein like da ich kann sagen alt 4 alt f4 natürlich er kam gerade null an im hirn aber egal ja